Bist du ein Helfer für Propheten oder Helfer für Shaitan? Zwei andere. Entweder für deine Gelüste oder für den Teufel. Oder Ansarullah, Allahs Helfer. Und Allahs Helfer sind die Propheten und dann die Gläubigen. Deswegen, werde wie ein Prophet. Wie kannst du, Abdullah, Abdurrahman bist du? Wie kannst du Helfer Allahs werden? Wie ein Prophet werden. Kannst du ein Prophet werden? Nein. Geht nicht mehr. Der letzte Prophet, nach Mohammed, wird kein Mensch mehr Prophet werden. Wer behauptet, er wäre auch ein Prophet heute? Der ist geisteskrank oder ist besessen. Oder er will die Menschen ausrauben, um sich zu bereichern, missbrauchen, misshandeln und alles mögliche machen. Das heißt, wer, wie kannst du dann ein Prophet werden? Haki, wie kannst du dann wie ein Prophet werden, obwohl du nicht nur Offenbarung bekommen kannst? Das heißt, du machst das, was er gemacht hat. Was hat er gemacht? Er hat die Religion angekündigt, bekannt gemacht. Er hat es mitgeteilt. Und das ist deine Aufgabe. Diese Religion mitzuteilen, bekannt zu machen, in der Schule, in der Arbeitsplatz, auf der Straße, in Veranstaltungen, in Sitzungen, in jeder Ort. Es ist unsere Aufgabe, wie der Prophet zu sein. Weil die haben jede Gelegenheit, jede Anlass benutzt, um den Religion bekannt zu machen. Was hat er gemacht? قُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِهُمْ Sagt لا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ Und ihr seid gerettet.